Bill und Tom Kaulitz plaudern über Bills Liebesleben Tom Kaulitz, 31, hat seine Liebe schon gefunden. Vor kurzem feierte er mit Topmodel Heidi Klum, 48, seinen zweiten Hochzeitstag. Natürlich wünscht er sich dieses Glück auch für seinen Zwillingsbruder Bill Kaulitz, 31. Daher hat er sogar schon einmal versucht, ihn zu verkuppeln. Wie der Kuppelversuch geklappt hat und woran man bei Bill merkt, dass er Interesse an jemanden hat und wann er leider nicht nochmal anruft, verraten die beiden in unserem exklusiven Interview im Video. Ausführliches Interview heute bei Exklusiv Weekend Dass Bill dabei bereits schon in Männer und in Frauen verliebt gewesen ist, erzählte der Tokyo Hotelsänger bereits in einem früheren Interview. Wie privat sie außerdem in ihren neuen Podcast-Senf aus Hollywood werden und was sie zu den aktuellen Schlagzeilen über sich sagen, sehen sie im ausführlichen Interview bei Exklusiv Weekend ab 17.45 Uhr bei RTL. Und danach jederzeit online bei TVNOW. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020